Und da sind wir wieder mit Minecraft und der großen Rohstoffbesorgungsfolge. Wobei die Rohstoffe relativ simpel sind und überall zu finden, nämlich Gieß und Stein. Weil wir ja unsere Gegend etwas verschönern wollen, brauchen wir ein paar Rohmaterialien, aus denen wir schöne Sachen formen können. Wege, Treppen und solches Zeug. Denn wir versuchen ja nicht nur sicher, sondern auch ein bisschen hübsch zu leben. Zumindest versuche ich das für unsere Nubelia, weil ich bin ja doch hier und da ein kleiner Astit. Aber nur hier und da. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass nicht alles den allgemeinen Anklang findet. Aber das hatte ich ja schon mal erwähnt, man kann es einfach nicht allen recht machen. Und manchmal kann man auch nicht richtig Deutsch sprechen, so wie ich heute. So, wir haben jetzt einiges eingesammelt an Zeugs. Das ist die Hülle unter unserem Feld. Das finde ich wirklich schick aussieht. Also mal so ein bisschen Eigenlob, mir gefällt das sehr gut. Ich finde, das habe ich ganz gut gemacht. So, da haben wir noch ein schickes Loch. Und wir haben auch ein bisschen Erde dabei, dann machen wir das mal zu. Das ist die Ecke, wo uns da gestern der Creeper in die Luft gesprengt hat. Ich frage mich, wo die geht. Also ich habe jetzt das Gefühl, die letzten Male, es tauchen aber wirklich nur noch Creeper auf. Und keine normalen Feinde mehr. Irgendwie so Skelette, Zombies, so Sachen, mit denen man umgehen kann. Ich habe es ja bereits mehrfach erwähnt, ich hasse Creeper. Wir lassen da jetzt kein Loch. Wir machen das ganz zu. So eine kleine Spinne habe ich überhaupt nichts gegen, aber Creeper geht gar nicht. Ich überlege übrigens immer noch, ernstlich, was ich hier hinten mit der Lava-Fütze mache. Wie ich mit der umgehe. Einerseits ist es sehr cool, sieht auch ganz witzig aus, ist auch was Besonderes. Andererseits ist es natürlich ein Gefahrenpunkt. Jetzt habe ich schon überlegt, ob ich da einfach einen dicken Zaun drumherum baue, dass wir noch nicht mehr reinfallen können. Aber ob das wirklich der Weisheit letzter Schluss ist, weiß ich halt auch noch nicht. Ich kloppe jetzt hier gerade den Stein raus. Zum einen, weil wir Stein brauchen, zum anderen, weil diese große, glatte Steinfläche irgendwie doof aussieht. Und ich das hier deshalb mit Erde voll klatsche. Bäumchen kann ich hier ja leider nicht hinpflanzen. Hier standen ja einige Bäume, als wir ankamen. Und hier hat die Lava-Fütze freundlicherweise weggebrannt. So, dass sie jetzt nicht mehr da sind. Super, ne? Ich fand's auch ganz klasse. So, jetzt haben wir aber noch ein bisschen Stein auch gesammelt gleichzeitig. Das ist auch ganz praktisch. Und den schleppen wir jetzt mal nach oben. Ich find's ja faszinierend, wie stark diese Minecraft-Figuren alle sind. Die können also tonnenweise Steine mit sich herumschleppen. Bis zum bitteren Ende quasi. Zack, haben wir eigentlich noch Kohle. Ich wollt gleich im Dunkeln mal gucken, wie das Feld im Dusch dann aussieht. Haben wir hier noch Kohle? Oh ja, ach das... Das reicht ja noch ein Weilchen. Das ist schön. Huch, da hoch. Was ich persönlich übrigens hochinteressant finde, ist, Minecraft, allgemein als die Performance-Ruhr bekannt, läuft bei mir bei den Aufnahmen superflüssig mit bis zu... Wurde sie mich jetzt veräppeln. Mit bis zu 40 Frames. Während das Adventure Runaway, das insgesamt eigentlich wesentlich älter, wesentlich weniger performance-hungrig ist, Riesenprobleme macht und mit etwas Glück so bei 15, 16, 17 Frames läuft. Ist ein faszinierendes Ding. Ich werde auch das Dorf hier irgendwie per Weg an unsere Gegend anbinden. Die Entscheidung hab ich schon getroffen. Ich hab das Gefühl, das ist so wahnsinnig hell. Warum ist das so hell? Wo kann man das... Wo war denn das? Hä? Hä? Konnte man das nicht irgendwo einstellen? Wie hell das ist? Wo ist denn die Brightness? Hä? Ähm, ja. Okay. Ach, da. Ach Gott, ja. 70% ist ja auch ein bisschen viel, ne? Jawohl, so sieht das doch schon wesentlich dunkler aus. Jetzt sind auch mal wieder ein paar andere Feinde da. Skelette sehe ich, eine Spinne sehe ich. Ich hab noch gar kein Zombie in dem Texture-Pack gesehen, dem möchte ich auch nochmal begegnen. Doch, das sieht schick aus mit dem Feld, das gefällt mir. Das bleibt so, definitiv. So, dann gehen wir mal wieder ins Bettchen, auf das dann morgen früh die Nachbarn brennen. Immer wieder ein erfreuliches Ereignis. Die freuen sich so über den Morgen, dass sie sich spontan selbst entzünden. Ist das nicht herrlich? Das da hinten ist wohl ein Creeper? Weil das brennt nicht. Ja, ja. Ach, schön. Immer wieder schön. Ich hab gar nicht gehauen. Warum machst du das? Diese blöde Kuh. So, ich sagte ja bereits, ich will Steinziegel haben. Da machen wir uns schon mal ein paar von. Und dann machen wir uns da auch gleich ein paar Treppen von. Und die können wir unten schon mal setzen. Wobei ich jetzt... Oh, Musik. Na? Zumindest ein Ansatz von Musik war da. Dann machen wir uns noch ein paar Steinziegel, weil direkt vor der Tür können wir natürlich keine Steinziegeltreppe setzen. Das sieht dann ein bisschen doof aus. Oh, dieser blöde Pilz. So. Die nehmen wir mit. Man kann ja nie wissen, wofür wir sie noch brauchen können. Jetzt wollte ich hier nochmal gucken, was... Kann man den Pilz noch reinschmeißen? Und wir können auch gleich nochmal ein bisschen Saat in die Erde bringen, weil wir haben ja noch wieder was gefunden. Beziehungsweise ein freundlicher Creeper hat uns was herausgesprengt. Der scheint allerdings auch geschwunden zu sein, der hier stand. Ich hoffe mal, er ist es auch wirklich und taucht hier nicht gleich wieder auf. Zack. Dann haben wir unser Feld wieder ein bisschen voller besetzt. So. Unser Eingang hier. wird jetzt etwas verschönert. Und zwar werden wir hier eine ringsum brauchbare Treppe bauen. Das war nicht brauchbar. So. Zack. Zack. Da kommt nochmal ein Sandblock hin. Total nicht übertrieben, aber egal. Das macht fast gar nichts. Und dann ist das jetzt voll die Monstertreppe und dann kommt man zu so einer winzigen Tür. Auch sehr hübsch. Den Rahmen mit dem Birkenholz möchte ich behalten. Den werde ich aber tatsächlich hier einen nach innen setzen. Also sprich, das machen wir bis dahin. Wir holen uns nochmal etwas Birkenholz, was wir nicht haben. Wir holen uns nochmal etwas Birkenholz aus dem Wald. Da haben wir nämlich noch welches. Wir haben ja erst wieder ein paar Birken angepflanzt. Dachte ich, hoffe ich, meine ich. Da hinten sind welche. Die vor der Tür möchte ich jetzt nicht mehr fällen, weil das ist jetzt quasi unsere Heimbirke da, die darf bleiben. Ich habe in letzter Zeit, in den letzten Tagen, etwas exzessiv Hexit gespielt, also auch Minecraft, allerdings mit Mods. Das ist so eine Art Mod-Bundle, das man ganz einfach runterladen kann. Man bekommt einen speziellen Launcher, also einen speziellen... Ja, also das ist im Prinzip, das ist Minecraft, das ist das ganz normale Minecraft. Das basiert auch auf dem normalen Minecraft-Engine. Und es sind auch die normalen Mods, die man für Minecraft bekommen kann, allerdings eben zusammengefasst. Sodass das, also selbst für Leute wie mich, die absolut zu blöd sind, um sich irgendwelche Mods runterzuladen und diese auch noch zu installieren, möglich ist, Minecraft mit Mods zu spielen. Und zwar mit ganz schön vielen Mods sogar. Und ich bin jetzt ein bisschen an diese Timmer-Mod gewöhnt, die ich hier etwas vermisse. Ich weiß gar nicht, ob es die inzwischen schon für Minecraft 1.7 gibt. Also das wäre definitiv ein Ding, was man mal überlegen könnte zu installieren. Weil dieses Bäume fällen, das ist ja echt... Das ist ja eine Lebensaufgabe, ne? Den pflanzen wir mal nicht wieder an, weil hier sowieso schon so viele Bäume stehen. Wo war denn der andere, den ich abgehauen habe? Hier, ne? So, zack. Wir haben ja jetzt auch genug gesammelt. Da war noch einer. Eigentlich, das reicht ja schon für das, was wir vorhaben. Wir wollten ja nur da eben schnell ein bisschen einen Rahmen um unsere Tür ziehen. So. Upsala. Ups. Huch. Jetzt schlagen wir den Elternteil mit dem Kind weg. War auch sehr nett. Und dann haben wir hier Birkenholz. Das klöppeln wir da mal so ran. Und so. Ja, doch. Sieht besser aus als vorher. Ne, da möchte ich die haben. Doch, sieht besser aus als vorher, muss ich ganz offen sagen. Also das gefällt mir wesentlich besser als vorher. Ja, ich muss das jetzt immer zu alles angucken, weil ich auch gucken muss, wo ich jetzt weiter ansetze und so. Also ich werde immer mal Phasen haben, wo ich relativ sinnlos durch die Gegend laufe und einfach nur gucke und denke und vielleicht auch ein bisschen zu still bin für euch. Weil ich zu viel denke. Ich hoffe mal, ich kriege das relativ gut in den Griff, sodass ihr da nicht permanent drunter leiden müsst. Aber garantieren kann ich es halt nicht. Jetzt würde ich mich eigentlich gern um den Weg kümmern. Warum wird das so gut gerade? Schon Abenddämmerung? Spinnst du? Der nervt mich. Der nervt mich schon die ganze Zeit. Dieser eine da so hochwachsende. Nun gut. Ich muss mal gerade pausieren, weil es hat gerade unten an meiner Tür geklopft. Einen Moment bitte. Das war der Postbote und ich schlaues Kind habe vergessen, noch Pause zu drücken und habe gerade noch so Glück gehabt, dass uns hier kein Creeper weggesprengt hat. Jetzt schnell ins Bettchen. Zack, Tür zu. Schnell, schnell ins Bettchen. Bei fast 50 Frames. Was ist hier los? Schnell, 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 schnell schlafen. Das war Schwein, würde ich mal sagen. Weil ich mich nicht bewegt habe, haben die sich auch nicht bewegt. Ihr habt ja gerade gesehen, der Mond stand schon ziemlich hoch. Glück gehabt. So. So. So, Steinchen dürften jetzt fertig gebraten sein. Und jetzt habe ich die Überlegung, geht das? Nein, das geht nicht. Doch, das geht doch. Das geht doch. Dann machen wir das mal. Machen wir uns mal ein paar Steinziegeln. Kies. Und in der Kombination werden wir uns hier jetzt gleich mal unseren Weg nach oben bauen. Total übertrieben drei Felder breit. Zumindest hier, die werden wir hier dann gleich beschmälern. Ich versuche jetzt hier, ja genau, irgendwie einen halbwegs vernünftigen Weg hinzubekommen, der uns hier hochführt, ohne dass wir also ständig hüpfen müssen. Doch, das muss so. Ich brauche Erde. Mist. Dann mal nach unten. Und dieses Loch muss weg. Ganz ehrlich. Ehrlich. Jetzt habe ich Schluckauf auch noch. Super. Also es ist ein Top-Tag zum Aufnehmen heute. justice ist ihr Vielen Dank.